Alpha Tauri. Und ja, die Vorzeichen, sie könnten kaum anders stehen. Es ist quasi ein Red Bull Sandwich, wenn man so will. Das A-Team auf der 1, das B-Team, das Schwester-Team auf Platz 10. Franz Toost hat am Anfang der Saison wirklich dramatische Worte gewählt und meinte, er hätte das Vertrauen in seine Ingenieure sogar verloren. Es ist natürlich eine verheerende Aussage, aber in Anbetracht des letzten Konstrukteursrangs irgendwie nachvollziehbar. Aber magere 3-Pünktchen hat man auf dem Konto nach 12 Rennen. Yuki Tsunoda habe ich letztens mal gefragt, ob er sagen würde, der Alpha Tauri ist das langsamste Auto. Und er sagte, ja, muss man so sagen. Das ist natürlich auch ein hartes Urteil. Aber Alpha Tauri führt eine Wertung an, nämlich die Wertung der Updates. 41 Stück hat man in der Formel 1 Saison 2023 schon gebracht. Der zweitplatzierte McLaren hat nur 30, der letztplatzierte hat 14. Also das ist schon ein ordentliches Gefälle. 41 auf Platz 1, 30 auf Platz 2. Aber auch da traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ja, die Teams bewerten das alle ein bisschen anders. Alpha Tauri hat aber tatsächlich sehr, sehr viele Updates gebracht, hat aber auch gezeigt, dass man nicht so richtig weiß, in welche Richtung es gehen soll. Noch 2023 sollen vermehrt Red Bull-Teile eingesetzt werden. Man darf ja vom Reglement aus gewisse Teile von einem anderen Team kaufen. Die Aerodynamik zum Beispiel nicht, das Monocoque auch nicht. In der Vergangenheit, ganz am Anfang, in der Geschichte von Toro Rosso, hat man das sehr exzessiv gemacht. Dann war man zu erfolgreich. Die Formel 1 hat das Reglement geändert. Hat das inzwischen aber wieder ein bisschen aufgeweicht. Und man sieht an Haas, was man machen kann. Dort kauft man ja alles, was man darf vom Reglement her bei Ferrari ein. Das soll auch ein System werden für die nächste Saison bei Alpha Tauri. 2023 allerdings hat man noch nicht besonders viele Teile, oder zumindest noch nicht alle, die man dürfte, von Red Bull übernommen. Das wird jetzt sukzessive passieren, auch noch in dieser Saison. Und dann erhofft man sich, dass man da einen kleinen Schritt zumindest dadurch schon machen kann. Yuki Tsunoda, ich würde sagen, der macht einen ordentlichen Job in seiner dritten Formel 1 Saison. Die großen Fehler wurden abgestellt. Aber so richtige Ausreiser nach oben gibt es dann auch eher selten. Aber die andere Fahrerpersonale ist dann noch ein bisschen interessanter. Nick de Vries ist als Fast-Rookie in die Formel 1 gekommen. Der hat ja letztes Jahr schon einen kleinen Taste bekommen bei Williams. Er durfte nur 10 Rennen für die Scuderia Alpha Tauri fahren. Dann wurde er schon ersetzt durch Daniel Ricciardo. Ich glaube, es ist jetzt weniger eine Entscheidung gewesen, weil er katastrophal schlecht war. Natürlich war er nicht gut. Er hat nicht das gebracht, was man sich erhofft hatte. Aber er war nicht katastrophal schlecht. Aber in der Situation, in der Alpha Tauri war, man muss jeden Punkt holen, um von diesem letzten Platz wegzukommen. Und man hat eine Alternative in der Hinterhand. Das wurde eben dann Nick de Vries zum Verhängnis. Und Daniel Ricciardo hat sich diesen Platz geschnappt, hat sich beim Test mit Red Bull bewiesen, hat gezeigt, er kann es doch noch. Hat jetzt schon zwei Rennen vor der Sommerpause absolviert. In Ungarn war er richtig bei der Musik dabei. Schneller auf Anhieb als Teamkollege Yuki Tsunoda. In Spa dann ein bisschen Probleme auch mit Track Limits. Aber die Pace ist da. Es geht zumindest nach oben. In unserer neuen Print-Ausgabe, in Ausgabe Nummer 92, haben wir sehr, sehr viel zum Themenkomplex Alpha Tauri. Wir haben ein Exklusivinterview mit Peter Bayer geführt, dem neuen Geschäftsführer. Doppelspezifiert wird es dort ja geben, mit Laurent Mackies als Teamchef und Peter Bayer als Geschäftsführer. Zuständig für die strategische Ausrichtung des Teams. Also Exklusivinterview mit dem neuen Big Boss und dazu noch eine schöne Geschichte über das Comeback von Daniel Ricciardo und den Rauswurf von Nick de Vries. Hart aber fair? Wir haben es in der Print-Ausgabe beantwortet. Ihr könnt es gerne mal runter in die Kommentare schreiben.